Hier oben kommt man vom Restaurant runter. Was eigentlich sehr gut ist, ist der 30er Block, der 31er Block, hier ist der 33er Block, der 36er ist ganz ruhig, der ist mittendrin, der ist toll und der 37er Block, das sind so die, wo zentral ist. Matthias und ich, wir gehen jetzt auf Videotour und werden schön frühstücken und zeigen euch den ganzen Club, zeigen euch die Poolanlagen, zeigen euch ja hier alles, was es hier so für klein und groß zu erleben gibt und dann später auch den Strand. Und ich bin der Hubert, ich mache die ganzen Videos, zusammen sind wir die Fellas. Liebe Grüße und viel Spaß bei unseren Videos. Unten auf Gefällt mir drücken, dass ihr auch alle weiteren Videos seht. Bis dann, tschüss.